Hallo Südwestfalen, mein Name ist Fabian Fischer und ich arbeite im Business Development am Marketing und Vertrieb bei Nexoma in Arnsberg-Neacken. Wir bei Nexoma helfen Unternehmen beim Produktdatenaustausch und der effizienten Datennutzung und Verwaltung, sind also Teil der IT- und Softwarebranche. Und wie stärken wir eigentlich den Zusammenhalt des Nexoma-Teams trotz der sozialen Distanz? Ja, jeden Morgen um 9 starten wir mit einem Good Morning Nexoma-Call mit dem gesamten Team. Hier geht es um diverse Teams. Was gibt es Neues, wer hat was erlebt, wer hat welche Probleme, sowohl technisch, zeitlich, aber auch persönlich. Also steht heute Kinderbetreuung an, ist jemand nicht erreichbar oder hat er vielleicht sogar Sorgen, dass er nicht auf seine Stundenanzahl kommt. All dies wird ganz offen, transparent bei uns diskutiert. Infos vom Chef zu Lager gibt es natürlich auch. Mal dauert das Ganze 10 Minuten, mal aber auch 50 Minuten, so dass die soziale Komponente im Vordergrund steht. Ja, nachmittags gibt es dann noch den klassischen Plausch an der Kaffeemaschine. Natürlich virtuell und wer gerade Zeit und Lust hat, wie im normalen Leben. Und ja, am letzten Tag der Woche wird der Kaffeeplausch auch mal nach hinten verschoben und umfunktioniert. Sie wissen, was ich meine. In dem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Fabian Fischer von der Firma Nexoma.